Hinten! Hinter mir! Zwei Leute! Hinter mir! Scheiße! Ah, gute Kills aufgeholt und viele Punkte! Johnny noch da? Mhm. Bist du rausgegangen? Nee, ich bin noch... Also, ich war auch da, wo ihr seid. Ich bin tot. A wird eingenommen. Ich glaube, ich bin rausgeflogen. Hinter uns! Oben an einem Berg ist Emma. Mein Gott. Ich hab' gar nichts gesehen hier. Gar nichts hab' ich gesehen hier. Alter, wie viele da sind? Ich bin raus. Du kommst hier und spawst und bist direkt tot. Ey, der schießt mit der Patch her weg. Mit der Patch her weg. Einen Schuss und der killt mich. Oh Mann. Ich bin rausgeflogen. Scheiße, sind da viele. Ja. Haben wir gehört, dass du rausgeflogen bist? Ach, Männer. Großen ist Gun Chip. Scheiße, wir kommen hier nicht hoch, ne? Wir können hier nirgendwo mehr oben joinen. Kann das sein? Ja. Du wirst zu C, ne? Ja. Du wirst den C aus wieder zurück nach oben. Gun Chip, wo bist du? Ich will in dich rein. Das ist nicht da. Toll, ohne Sound macht so Spaß. Wie das nervt ohne Sound, ey meine Schuss. Aber ich glaube, es liegt an dieser Map. Ich glaube, es ist bis jetzt immer nur bei der Map gewesen. Ja. Uneroberung. Voll vergörten. Johnny ist raus. Ich glaube, der Johnny hat ein allgemeines Problem mit seinem PC gehabt. So soll ich ihn besser holen. Wo war er, Tim? Hier um die Ecke rum. Smacker Dudu. Ja, links oder rechts? Rechts, eh, links. Sorry. Links? Links um die Mauer. Ja. Ich nix sehen. Ich nix sehen. Ich nix hören. Bei Mark. Oder hast du sie umgebracht, Mark? Den einen hab ich, aber da hinten ist noch einer. Wo geht der eigentlich hin? Über die Wiese hinaus ist noch einer in diesem Rauch. Sollen wir nicht zu B? Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Mit was? Von hinten kommt ein Panzer. Vorsicht. Eingenommen? Von hinten kommen zwei Panzer, wo ich bin. Und ein Heli. Ah, fuck! Na oben wieder. Von dem kaputten Haus, ey. Da sitzen sie und haben sich positioniert. Scheiße, Mann. Wo, Tim? Ach, da ist einer. Dann geh ich zu Betti. Ach du, da schießt jemand. Oh Mann, ey. Dumm da zu joinen. Ich geh zu ihm, das Tor. Der Panzer hier, der wurde gesichtet, ne? Ja, das sind zwei. Einer ist tot, den hab ich gebildet. Ist der andere jetzt auch kaputt, oder lebt der noch? Alter, das Knall. Boah. Ben. Buncher fürs Rauch. Scheiße, ich wollte ihn weg... Hab der es gesehen? Nein. Wollte mit dem Bunsenbrenner das Ding wieder kaputt machen. Da sind jetzt zwei Panzer. Boah, hier oben steht kein Stein mehr auf dem anderen. Du, als wir das letzte Mal hier waren, sah es schon anders aus. An der Seite, rechts rennt wieder jemand hoch. Wo ist an der Seite, wo ist rechts, wo ist jemand hoch? An der Seite, wo ist das Ding? Ja. 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 Ich glaub einer müsste Versorger noch nehmen, weil... Gut, jetzt hab ich wieder eine lose. Waffe. Wo ist der Panzer? Der hat mich getötet. Der hat mich getötet. Boom! Da ist er tot. Oben bei D ist wieder einer. Oben bei D ist wieder ein Panzer. Ja. Bei B. Da ist jemand noch vom Panzer raus. Schießt auf uns. Wie kann denn der... Der ist hinter dir. Der ist hinter dir. Der ist hinter dir. Über die Ecke. Die Typen tot hier bei D. Bei C. Wir nehmen gerade mal C wieder einen. Ja. Ja, aber Charlie kriegen wir jetzt so viel, Bruder. Okay, wieder hoch. Ich glaube, sollen wir hin? Ja. Wieder hoch. Fahren wir. Wo bist du, Tim? Alter. Oben bei A und B sind noch zwei Typen. Boah, wenn man nicht hört den Sound, dann ist das scheiße beim Fahren. Ja, deswegen habe ich den dabei auch nicht gehört. Wir laufen gerade zu fahren. Tim, wie schlecht fährst du bitte? Ich habe den Wagen gerade aufgenommen. Ich habe den Wagen gerade aufgenommen. Wir laufen wohin? Zu B. Ja, dann B. Ich frage, wir verlieren gerade A. Nein, A wird eingenommen. A wird eingenommen. A wird eingenommen. Da steht ein Panzer. B wird gerade aufgenommen. Es sind zwei Typen. Die rennen wieder hoch zu ihrem Gebäude. Der Snipen. Oh, von mir die Snipen. Der andere hat mich von der Seite... Da liegt er doch am Boden. Boah ey, man sieht die Leute fast gar nicht mehr. Aber in dem Rauch natürlich nicht. Die liegen da oben auf dem Hügel. Warte. Ah, ich habe da gelegt. Da liegen mehrere. Panzer, 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 Panzer. Alter. Ja, zwei Panzer kommen von unten. Ja. Wir müssen unbedingt die zwei Typen ausschalten. Wie nervig. Ey, ich werde schon überall getroffen sein. Ey, von wo? Oh, Mann ey. Ich geh mir die jetzt holen. Ich lauf ganz außen rum. Das Gute ist, es sind nur noch... Wie viele tausend Punkte? Die hier fertig sind... 800, gut. Boah, ey, das nie wieder war. Das war viel zu lang. Äh, die hier führen, ne? Ja, ich weiß. 800 bis mir verlieren. Drei. Hallo. Ich spiele kein SG. Äh, okay. Wir sind gerade im LP-Raum. Siehst du das eigentlich nicht? Drei sind fertig. Wir sind im Gaming-Raum. Ja. Meine Frage, warum fallt ihr mir immer in den Rücken? Nein. Valentin, grüß YouTube und mach deinen Lautsprecher aus. Du fliegst hier raus. Sei doch mal nett zum Valle. Servus. Grüß YouTube, los. Komm, wir schnell zur Arbeit. Der Lautsprecher ist doch aus. Nein, ist nicht. Ich hab die zwei Typen da oben. Boah, geht es einem auf den Sack, wenn man hier keinen Sound hört. Ja, das nervt, ne? Da ist ein Leute drin. Da läuft einer Richtung B. Ja. Bei. Alter. Lupus YouTube hat mich umgebracht, ey. Deabonniert ihn. Deabonniert. Ist kein guter Mann. Echt? Kriegst du denn bitte auch nicht schiefst? Wer hat denn der Rad nicht den Typen umbringen können? Ich. Marc, da reden wir drüber bei der Teamsprechung. Da musst du scheinbar noch Basics beigebracht bekommen hier. Ich hab jetzt ein Basic und das nennt sich ein 15mm Geschütz. Sniper. Du musst mir doch nichts von dem Schwank erzählen. Incredible Dennis wieder. Aber wir haben uns gegenseitig umgebracht. Das ist gut. Der Himmelstor und ich, ey. Boah, was ist da los bitte bei B und bei A? Alles Kräfte B. Alles Kräfte B. Wir haben gerade Einsatzziel Gorse neutralisiert. Schreibt eure Kraft. Material wird bald abgeworfen. Was ist da los? Leben die noch da unten? Bist du tot? Echt? Ja. Boah, jetzt gibt's doch gar nicht, ey. Kann ich den aber nicht treffen, ey. Das hat mir nicht von Duchi 242 umbringen lassen. Alter! Ich steu nie wieder bei dir, Pimmel! Alter, guck mal was hier los ist. Ja, da geht's voll ab. Ah, die lesen nur Sni. Ja, aber wo steuern wir denn jetzt? Wir müssen jetzt voll weit weg steuern, weil wir alles verloren haben da oben. Warte, die nehmen grad C ein, aber die nehmen jetzt auch gleich F da unten. Jungs, gib uns... Ich hab mir nen Jeep geschnappt. Und fahr halt hoch. Ich bin schnell bei F, weil da kommt ein Panzer zu F. Ich geh... Ich geh zu C. Ich geh zu, äh, wie heißt das? Heli. Vielleicht sind mir... Und fliegt der Heli schon, oder was? Fliegst du ihn? Ich glaub schon, wie fliegt man denn? So wird's das eigentlich... Wenn du nach... Wenn du die Maus nach oben drückst, flieg der nach unten. Das tun wir dann. Ich bin mit dabei jetzt hier im Medienseer. Tijs erste Gehversuche. Warte mal... Tij. Hast du gehört? Was? Wie fliegt man? Wenn du die Maus nach oben drückst, flieg der nach unten. Wenn du die Maus nach unten drückst, flieg der nach oben. Auf einmal hab ich das Gefühl, dass wir aus der Karte raus fliegen, ja? Nein. Wie fliegt man denn schneller? Warnig. Nach unten etwas neigen und nach vorne dann fliegen. So geht das doch. Rückfahr-Shift. Los-Shift. Ach. Oh Mann. Fühl mal die Karte von oben an. Alles kaputt, aber... Hatice, irgendwas muss jetzt passieren. Ja, ich flieg doch zu A und B. Eroberung-Kontrolle. Jo. Wir fliegen doch Richtung A und B, oder? Ja, das ist da oben, sehe ich euch. Ach, ich bin schön, was machst du, ey? Boah, das ging ruhig. Warum geh mir runter? Warum geh mir runter? Warum geh mir runter? Ich steige raus, Tim! Ich steige raus! Ich weiß nicht, wie man die Art hier aufbaut. Warte, ich steige mit ein. Warte doch mal, Junge! Aua! Tim hat nur noch 25 Leben. Warte doch mal, ich steige mal raus, ich reparier das mal. Ich reparier's mit. Ich komm, soll ich schon gefahren? Du willst mitfliegen oder was? Ja klar. Tim, du musst fliegen. Okay. Sebastian, bist du da? Komm, steig ein. Aber macht's euch eins klar. Sebastian ist mal gerade aus dem Wagen geschoben, oder unseren Heli geschoben. Also, Sebastian drin? Mein Gott! Ich steig mal wieder aus. Nein, jetzt bin ich drin. Wie fliegt man denn, ey? Ich kann nur nicht fliegen. Tim, was machst du denn? Was machst du? Oh! Da war ich doch besser. Scheiße, wir stehen direkt hinter der Brut. Kann das sein? Das war das Problem. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Gox. Hey. Ich hab ne Artallerie und ich weiß nicht wo's hier einsetzt. Ich kann's sogar hier jetzt reparieren. Ja, das wäre ein Flug möglich. Das ist ja das Problem. Daniel? Ja? Weißt du wie man die Art hier einsetzt? Wir haben gerade Einsatzziel Foxtrot verloren. Also, ich würd sagen aussteigen, oder? Ich... Wir werden gerade markiert. Ich steig aus. Aussteigen. Und Fallschirm. Ich werde getroffen. 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 Also... Ich hab's überlebt, wa? Aber... wie der incredible Dennis, ey. Und every time we touch, I get this feeling... AHHHHH! Scheiß Dennis, ey. Kann man hier rein zum... zum... Shepard, nein? Wer fliegt jetzt gerade? Nein! Ich! Jetzt fliegt Sebastian. Jetzt fliegt Sebastian mal mit. Okay, zieh hoch! Oder was warst du da gerade? Meine aktuelle Position ist freundlicher Partner. Was schießt denn auf? Alter, die Scheißartige. Ich weiß nicht. Du sagst Bescheid, dem wir absteigen sollen, ja? Ich würd sagen, das war ja. Wir können doch referieren, ne? Ja, des Fliegs. Repariert! Können wir aussteigen? Nein. Wenn ihr da abschießen könnt, dann macht das! Ich kann mich nicht so weit drehen! Wehen denn? Wehen denn? Irgendwann schießt er auf uns! Ja, ein Panzer. Ich weiß, Arti, ich weiß nicht, wie man die Einsätze auf mir hat. Wenn ihr's wisst, schreib's in die Comments. Drück X! Und er springt! Das Stinger hat uns kaputt gemacht. Oh Mann, sind wir schlecht, ey. Aber wir haben ein paar aufgeholt, Punkte-mäßig, ne? Wo gehen wir hin? Ich würd sagen, zu... C, oder? Ja. Wird grad eingenommen, schnell zu C. Oh, ich geh ins Gunchip. Sorry. Wissenfaltlicher Schaufschütze! Fertig von dir! Ey! Ah, ich hör mal wieder nichts. Einsam für dich einmal! Oh, ich hab... Manchmal guck ich einfach zu lange, ey! Ja, das kenn ich, das kenn ich. Das Gunchip wurde mit einer Airbarst kaputt gemacht. Daniel spielt mit! Ey! Daniel ist mit dabei! Daniel ist mit dabei! Daniel ist mit dabei! Ey, du kleine Sau! Alle Joyen direkt erstmal bei Daniel, ey! Ja! Der Einzige ist, der noch lebt! Hey, da kommt von hinten jemand! Doppelter Kill! Ja, schön! Okay! Boah, den hab ich doch gekriegt! Jetzt gehen wir wieder hoch! Zu A! Ich hab beide gekriegt! Sebastian fährt da so mit seinem Jeep rum, ey! Jetzt ist kaputt! Wie ist es abgestürzt? Dein Spiel ist abgestürzt? Ja! Und tschüss! Ja, ihr habt euch alle falsche PCs gekauft! Dafür kommt Johnny wieder! Das war der Fehler! Johnny war der Fehler! Ich fühl mich sehr ärgerlich gerade jetzt! Alter! Ich fühl mich sehr ärgerlich gerade jetzt! Wo seid ihr? Ich bin bei A! Wer fliegt denn den Heli? Ich bin bei F! Ich bin bei F! Ah, fuck! Komm nach F! Richtung F! Okay, dann fliege ich immer Richtung F! Ich wurde von der Pistole kaputt gemacht! Was? Alter, das geht ja ab! Krass, ne? Au! Heiß, heiß, heiß! Nicht durchs Feuerlauf! Nicht gut! Welche Seite ist das denn?